Begeistern, motivieren, unterstützen. Und das von Anfang an. Für die Krauss-Maffei Technologies GmbH ist Top-Engagement bei der Ausbildung selbstverständlich. Mit einer Ausbildungsquote von 8 bis 10 Prozent liegt der Weltmarktführer im Kunststoffmaschinenbau aus München-Allach seit vielen Jahren über dem branchenüblichen Durchschnitt. Die jungen Leute sind unser Nachwuchs. Dem demografischen Wandel werden wir in der nächsten Zeit erleben, dass einfach die Bewerbersituation ganz schwierig wird. Ältere Mitarbeiter scheiden aus und wir müssen schauen, dass wir unseren jungen Facharbeiternachwuchs, unseren jungen Ingenieurnachwuchs über die Ausbildung selber uns heranziehen. Krauss-Maffei, ein starker Partner. Der erfolgreiche Technologieführer bietet als einziges Unternehmen am Markt drei wesentliche Maschinentechnologien für die Kunststoff- und Gummi-produzierende Industrie an. Auch bei der Berufsqualifikation ist Krauss-Maffei ein starker Partner. Vom Zerspannungsmechaniker bis hin zur Industriekauffrau. Die Berufsanfänger können zwischen acht gewerblichen und zwei kaufmännisch-technischen Ausbildungsberufen wählen. Ganz wichtig ist für uns zum Beispiel das Schülerpraktikum, wo die jungen Leute sich beweisen können und dann schauen wir beim Bewerbungsverfahren auch über schlechtere Noten hinweg, wenn wir sehen, er hat sich in der Praxis schon herinnen bewährt. Apropos Praxis. Die Ausbildungsplätze sind mit modernsten Geräten und Maschinen ausgestattet. Dazu gehören CAD-Maschinen und numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen. Im Bereich Elektronik sind Analog- und Digitaltechnik genauso selbstverständlich wie SPS. Unsere jungen Leute kommen während der Ausbildung schon stark in die Abteilungen raus. Die Abteilungen sehen die jungen Leute und dann kommt es natürlich darauf an, wo freie Stellen sind und dann versuchen wir schon relativ lang im Vorfeld hier mit Gesprächen das entsprechend zu steuern, damit die jungen Leute auch eine Übernahme haben. Fit fürs Arbeitsleben. Neben dem Vermitteln von technischem Know-how setzen die Ausbilder von Krauss-Maffei auch stark auf persönlichen Kontakt- und Feedback-Gespräche. Auch Teamwork hat einen großen Stellenwert. Wir versuchen das dann im Einführungsseminar mit so einer Teamarbeit zu machen, wo alle unterschiedlichen Berufe in einer Gruppe drin sind. Heuer zum Beispiel haben wir das Thema Brückenbau gemacht, wo Materialien eingekauft werden müssen, geplant werden muss, die Durchführung stattfinden muss, der Funktionstest stattfindet und anschließend auch eine kurze Präsentation. Begeistern. Motivieren. Unterstützen. Wenn es um Berufsqualifikation geht, ist die Krauss-Maffei Technologies GmbH ein echter Partner.